Proxer City, ein gigantisches Wirtschaftsimperium Ende des dritten Jahrtausends, entledigt sich illegaler Produkte aus seiner kriminellen Vergangenheit. Ein Geheimagent und ein vorbestrafter Kapitän werden mit mysteriöser Fracht auf eine ungewisse Reise geschickt. Wenn ihr nicht gehorcht werdet, werdet ihr wegen Meuterei hingerichtet. Die Mannschaft entdeckt das Geheimnis der tödlichen Fracht. Auf hoher See kommt es zu einem dramatischen Kampf. Weg von ihm, er ist infiziert! Die Beweise sind eindeutig. Klarion, es wird tödlich innerhalb von 20 Minuten. Warum ist diese mörderische Fracht auf unserem Schiff? Doch die Wahrheit ist zu entsetzlich, um sie zu glauben. Wir haben ein kleines Problem, jemand versucht uns in die Luft zu sprengen. Ihnen wird klar, dass sie nur Marionetten in einem tödlichen Spiel sind. Wer hat deine Parameter geändert? Wer hat diese Bomben gelegt? Captain, Energieausfall! Verdammt, ich muss es wissen! Von nun an befindet sich dieses Schiff im Gefechtszustand. Gehen wir es an. Ein spannender Science-Fiction-Film mit Michael Paré und Malcolm McDowell. Dark Ocean, ein teuflischer Plan.